Erst zuschlagen. Fragen kann man auch währenddessen stellen. Wie wär's mit einem Zauberdring? Genau. Und jetzt haben wir ein bisschen was besseres hier. Was hast du? Platzi. Platzi. Waldimir. Ja, Waldimir? Ja genau, Waldimir. Kennst du nicht? Nee, den kenn ich noch nicht. Ich hab mal gespannt, was ich reißen kann mit Arcani. Ja, mal schauen. Dann sehen wir uns gleich wieder in-game. So, let's go. Let's get this. Hoffentlich besser als die letzte Runde. Get powder started. Ja. Ich frage, auf welches Item mich will. Ich weiß es nicht. Ach, nö. Das fängt ja auch schon wieder geil an. Syrah, äh, Syrah, sag ich schon. So war halt erstmal ne Hyping. Ja super. Die muss uns ne Heilen merken, muss sie nicht. Ja. Geh mal auf das Omni Vampir Item. Okay. Ob das, ob das gut war? Keine Ahnung. I don't know. Ich geh da nicht zuerst rein. Wird könnt ihr knicken. Ja. War ne gute Entscheidung. Ja. War ne sehr gute Entscheidung. War ne sehr gute Entscheidung. Oh fuck. Holy shit. Oh, ich hab da Bock reinzugehen. Na, ich hab keine Energie, sonst soll ich reingegangen. Aber eine Q, also ich hab 200 Energie und eine Q kostet 130 Energie auf dem ersten Level. Das ist halt abnormal. Boah. Kann ich, kann ich noch nicht viel machen. Ja. Oh, you dead. Aua. 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 Geh weg. Lass mich heilen. Mh, lecker. Heilen? Ja. Weiß lecker. Heilen ist lecker. Heilen ist lecker. Ah. Cool. Lass euch nicht hier alles so. Nein. Ich versuch's, aber ich kann nichts dafür. Können sie bitte nicht so schnell sterben. Ich hab Bock. Ja. Ja, ich möchte, dass du Bock hast. Yo. Oh, wie du Bock hast. Ja. Ah, nein. Hehehe. Oh, lol. Ich lebe noch. Dann lebe ich jetzt. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Hehehe. Ich leb noch. Lol, Chase macht ein Double Kill einfach mal. Triple Kill? Ja, ich hab erst vorbereitet hier. He? Frech. Ey, ich muss mich grad mal ein bisschen heilen. Sekunde. Ich hab alles so wunderschön vorbereitet. Hm, lecker. Bleib mal hier drin. Ja, da fliegt ein Storch an mein Fenster vorbei. Pssst. Da fliegt ein Corki vorbei. Ja. Ja. Das... Was läuft mit ihm? Der Chase is not bad, würd ich behaupten. Ich hab's gekillt. Ja. Ich hab's gekillt. Boah, heute wird es weg. Von... Ja, klar. Oh, fuck. Ich bin raus. Tschüss. Kommt. Kommt. Kommt her, kommt her und heilt euch. Dann halt nicht. Dann halt nicht. War zu spät. Scheiße. Dat Soraka, Alter. Lol. Wir haben doch... Wir hätten keinen Krieg gekriegt, die Soraka. Ja. Hat jetzt mehr als ich. Ja. Lito. Aber ich hab Ult ready. Oh. Jetzt hab ich Ult ready. Jetzt ist doof Ult zu aktivieren. Einmal noch eine 5. Eigentlich sollten wir reingehen. Ja. Ach komm. Jetzt hab ich echt keinen Kill gekriegt. Ich hab ein Double gemacht. Mit der Ult. Ja. Ich sag ja. Ich halte mir alle wieder Kills, ey. Was ist das? Ich glaub da ist grad ne... Ja. Ja, Kelly. Ja komm doch. Au, 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 au. Ohhhh. Ich hatte keine B ready. Autsch. Woll. Das Soraka flasht einfach nen Gegner rein mit Loverp. Ah fuck. Ei, ei, ei. Das lief ja mal gar nicht gerade. Ah. Ja. Das ist auch ein Pessimist, äh, Vladimir. Warum? Mein Kelch ist halb leer. Warum nicht halb voll? Ja. Warum nicht halb leer? Warum? Warum bin ich eigentlich nicht full live, wenn ich wieder belebt werde? Jo, ich will mich heil und verliere Leben. Geil. Ja. Achtung. Weg, Sense. Da ist ein Trash. Hi. Oh, ich könnte jetzt rein. Gerne los. Nein, ich hab kein Ulti. Ah, schade. Ich auch nicht. Ich hab noch keinen Kehl. Ich hab zwei. Läuft besser als die letzte Runde, auf jeden Fall schon mal. Ich hab mehr Kills in der letzten Runde. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Du hast auch Bock, ne? Ja. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Du hast auch Bock, ne? Oh Gott. Oh, oh, oh. Oh, plantsch. Ja,ich hab nichts treffen können außer meine Ulti. Scheiße. Oh, ich habzu Doppelkealle gemacht. Ja, ich hab meine E per fehlt. Und 두� hàng habe ich auch nichts mehr gerissen bekommen. nach hey lass mir auch mal ja schon genug das sind vier ich habe zwei ein klein nie genug jetzt haben ich hab Bock auf die kindred ja hätte ich auch Bock drauf also sie zu töten nicht für ach jetzt komm mal da weißt du nicht dann weißt du nie was der andere denkt das ist wohl wahr ich glaube die wüsste dass du da drin bist okay ich glaube es war ja ich bin ich bin dabei ich bin tot oh der ist ja schon tot ja das sei das ist tot aber ich auch uh kann ich boots kaufen nice ich hab doch gesagt bei level 1 habe ich 130 energie auf meiner queue ne ja level 5 170 nein nur noch 70 ja bei 200 energie 170 für eine queue das wird ziemlich hart aber weiß irgendwie ja gar nichts mehr ich hatte und ich auch aber warte auf mich so jetzt bin ich da nein du kleine jura nein nein oh ich habe minions mit dem schneeball erwischt dich idiot sonst hätte ich die kindred getroffen ich hatte keinen verstärkten auto attack sonst hätte ich übelst kassier das ist doof hätte ich ein triple gemacht habe ich auch verkörpert vertraue ich gerade ja eben noch beschweren jetzt hast du schon zwei kills mehr als ich na komm her killt na los hast du Bock oh ja der hat Bock tschüss äh fuck ich werde es nicht schaffen war ein versuch wert also muss ich sagen die neueste tour die ist schon nice besser als meine alte juhu äh heh platz alles gut alles gut okay ich habe gesagt hätte ich wieder ulti wäre es geil ja glaube ich ja habe ich den greift eben schon wieder gekillt hoppla oh level 11 wäre nice ja ja dauert es nicht anderthalb minuten müssen wir ein ulti da weiß ich wieder um meine bauch 20 sekunden weniger alles ich höre auch gern level 11 oh god die soraka die soraka als frontline neuer mainchank neuer mainchank neuer mainchank neuer mainchank irgendeiner muss das ja machen ja äh äh well oh god oh god oh mann mann warum ist der Jason nicht auf den mf gegangen übrigens seitdem du killst magst kriege ich keinen mehr nur mal so ne oh der Jason hätte auf die mf gehen müssen weil dann hätten wir das easy gemacht ich hatte mich nichts mehr ab meine e war nicht ab mit der e hätte ich die locker gekillt das ist doof ich warte noch ach ne 865 ach komm das warte ich noch kurz so bist du ja da so fuck auf was geh ich jetzt wahrscheinlich Sonja ist ne keine ahnung Sonja ist ich habe mich mit der Kelly so gar nicht aus seitdem sie ein bisschen reworked wurde habe ich so gut wie gar kein Plan mehr von der die war einfach so geil und stumpf ja genau und die neue check ich wiederum gar nicht äh Q point to click äh die ulti point to click und einfach noch E getrickt für den damage so das war's lol D-ball scheiß der trash alter der ist wirklich trash der trash bitte ulti ich auch und bock ich auch lass mal in den Busch gehen eigentlich müsstest du zuerst reingehen ok warte ok warte ja heute kenne ich das auch aber naja genauso habe ich das gewollt ach komm schon ich will auch mal wieder ein kill ich habe nicht einen kill gemacht gerade das war traurig das ist beschämend ja komm jetzt mach das Ding fertig heilen wir uns mal ein bisschen wieder ja mh lecker blut was was du bist immerhin nicht gestorben ja also ja immerhin WTF jetzt bist du gestorben ich konnte nicht mal B drücken das ist schade das ist schade ach komm ich kann nicht alle killen geh weg Soraka renn Gott ah ah das ist dumm was machst du denn Soraka ich habe keine Hult ich kann doch nichts machen ich habe Hult warte ich komme ich laufe schon jetzt kann ich rein ja ich auch ja die warten auf mich ich habe ein Minion getroffen bitte lass uns irgendwo raus für uns das Team jetzt haben wir auch Bock jetzt na oh naja kommt nix naja die wäre auch gestorben egal wer da gekommen wäre ja rein theoretisch kommt es noch mal ich habe kein Schieber already neun Sekunden nötig ich auch ja die gehen auch so schon rein warum wird geultet hier wir haben gleich alles raus ich könnte jetzt rein ja ich habe meine Ult verkackt viel zu früh gezündet jetzt komm lass mir doch auch mal was das wird ein Penta neun neun ha dafür dass ich seit dir dank dir kein Kill mehr kriege oh frech ah jetzt finischt doch auch man ich habe so viel rasiert am Anfang und dann kamst du du hast doch einmal so viele Kills wie ich inzwischen jetzt finischt das wenigstens dankeschön gut das war es diese Runde bis zum nächsten Mal ciao ciao uh oh oh